So, hier modifiziere die Wände. Ah, damit muss ich das weiter machen. Dann gehe ich mal hier drauf. Ah, 25 Wände muss ich da machen. Dann würde ich sagen, wir fangen mit der Wand an. Ich glaube, wenn die da mit ist, wird es reichen. So. Oder doch nicht. Egal, hier sind auch nochmal 10. Aber 5 brauchen wir nur. Ja, dann legen wir das hin und verkaufen den Rest wieder. Sieht doch schnicke aus. Bodenfliesen legen. Okay, fangen wir mal mit den Bodenfliesen an. So. Aber warte, liegen die hier schon? Irgendwo. Was ist? Ah, das ist für hier. Okay. Ah, die müssen hier hin. Okay. Ups. So. Genau. Die Dinger werden niemals reichen hier. Das war's. Mehr haben die nicht gekauft? Okay, dann bestelle ich die hier nochmal nach. So. Eins, zwei. Ich hoffe, dass die jetzt reichen. Die hier von außerhalb reichen wird. Teil haben die ja schon selber bestellt oder hier hingelegt gehabt. Und den Rest kann ich dann auch direkt wieder verkaufen. Ja, drei kann ich jetzt verkaufen. So. Dann den Boden. Was haben die denn hier eigentlich genau vor? So. Das machen wir bis hier hin. Ah, das wird ein Kleiderschirm. Ah, okay. Okay, was machen wir hier? Dunkle Paneele. Fangen wir mal hier an. Bis dahin. Dann bis hier hin. Ah, das sind die selben. Okay. Dann würde ich sagen, ne das wird bis hier hin. Und hier. Bodenfliesen legen, dunkle Walnuss. Okay, lege ich mich da hin. Und das hier wird so. Das hat jetzt schon eine Deckelleuchte. Was? Die? Ja komm, die nehmen wir. Die machen wir hier. So. Pflanzen werden wir später machen. Den lasse ich noch da. Falls wir den noch irgendwie brauchen. Würde ich sagen, machen wir mit Badezimmer weiter. Wandfliesen legen. Ja komm, die legen wir noch. Hier haben wir angefangen. Würde ich hier damit weitermachen. Auch dieses Marmor, das ist so edel. Ich glaube ich würde eher mehr in dem Bereich von diesem Marmor machen. Hier. Und das lieber weglassen. Das hat was so in diesem Marmor Look. Wir nehmen. Komm, wir nehmen. Wir nehmen das. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Das muss für den Rest der Bände reichen. Oder gerade wegen dem Fenster denke ich eher, dass es nicht reichen wird. So. Und noch mal. Und noch mal. So. Und noch mal. Ich glaube das kann ich schon mittlerweile ausmachen. So. Ich glaube ich bleibe bei diesem Marmor für dieses Badezimmer. Das. Das finde ich nicht so. Na ok. Für die Duschnische. Komm. Lass lieber dann. Ne. Wir lassen das. Wir nehmen das hier. Und bleiben dabei. Ein komplett marmoriertes Badezimmer. So. Hier noch. Und hier. Können wir hier zu machen. Oh. Hoppla. Hä? Ey. So. Kann ich das jetzt zu machen? Und. Ich hab auch noch die Hälfte. Und. So. So. Aber das will ich in Marmor haben. Also machen wir jetzt Marmor. So. Dann können wir das hinlegen. Und. Und. Beides. Verkaufen. Haben wir auch alles. Oder? Sieht so viel viel geiler aus. Oder? Oder. Was meint ihr? Hä? Ah. Hier. Doppel Waschbecken. Alles klar. Äh. Aber. Wir fangen erst einmal mit dem Fußboden an. Ja. Ok. Wenn wir den Fußboden haben wollen. So. Und. Hier. So. Möbel machen wir später. Dann gehen wir noch in das Zimmer hier. Den Raum. Äh. Kencha Palme. Und. Kamayo Innentüren. So. Bodenbelag wählen. Äh. Nevada. Wir fangen mit Wandbelag. Äh. Moderne Formen. Goldene Akzente und Vegetation. So stelle ich mir meinen Ort des Glücks vor. Je mehr Pflanzen umso besser die Entspannung. Nicht wahr? Oh. Oh. Das sieht nice aus. Ja. Komm. Dann. Hier. So. Wo haben wir das? Mit dem Gold? Äh. Den hier. Hmm. So. Dunkle Tapete Blumenfieber. Ja. Wir nehmen das. Eins. Zwei. 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 Drei. Vier. Und. Fünf. Das muss reichen. Und wir fangen wieder von hier an. Oh. Mir gefällt dort. Da gibt es voll die geilen Möbelideen oder Einrichtungsideen. Das ist ja mega. Ja. Dann haben wir überlegen auch vielleicht meine Wohnung hier auch noch so zu gestalten. alle. Ich glaube wenn ich demnächst irgendwo ein bisschen von hier klinge habe, könnte ich wenn ich mal wieder anfange meine Wohnung zu renovieren, ich schaue hier nochmal meine Videos selber nochmal an und fange dann einfach an, es genau so zu machen wie hier. Komm, hier machen wir dann stattdessen auf, so und den letzten nehmen wir auch noch hier. Können wir den Rest wieder verkaufen, so, ne, dann hier, Inspirationen, hier, was haben die, die haben hier, ah, ja, das, Gold, Schwarz und Grün. Dann, was nehmen wir hier, äh, ich glaube den hier eher, sieht viel viel besser aus. Ja, und, ne, hier, äh, was für eine Lampe haben die hier, ich glaube das hier hat was, dann versuchen wir hier Gold, so, nice. Aber wir machen jetzt erstmal, äh, wir machen erstmal hier weiter. So, hier, Inspirationen, äh, ich liebe Naomi, aber jeder braucht hin und wieder etwas Zeit für sich. Hier hätte ich gerne einen gemütlichen Raum im klassischen Stil, in dem ich mich ausruhen und über meine Poesie nachdenken kann. Ähm, ich glaube das hier macht mehr Sinn. Äh, warte mal. Hier dann so ein helles Grün. Ja. Ja komm, wir nehmen, wir nehmen das hier. Komm, den nehmen wir und streichen hier dann so. oh, ihr geht noch mal! Hier dann so ein bisschen. Wo ist die Frage? Wo ist es? Tollen wir uns? Sie sind eigentlich auch nicht in der Maschklaume. Das ist sie, sie sind. Ach, sie sind. Die Soren haben wir hier gesagt, dass wir hier ein bisschen verletzt haben. So, die Decke streichen wir mit, dann ist das alles im Einklang, sagen wir so. Und dann fehlt jetzt nur noch das Stückchen. So, dann hier noch. Und dann... Ah, wieder leer. Aber ich hoffe die Farbe reicht. Jetzt mache ich mir Sorgen. So, hier noch. So. Gefällt mir schon sehr. So, dann hier. Das hier machen wir noch mit dem. Und das hier. So, dann. Wand haben wir fertig. Das hier weg. Und Bodenbeläge. Was haben die hier im Bodenbelag? So einen. Okay. Dann suchen wir mal. Ich glaube dann eher den. Den machen wir so. 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 Und hier. So. Dann noch eine Lampe. Ähm. Was ist hier für eine Art von Lampe? Hier sieht man gar keine Lampe. Okay. Ja. Dann suche ich mir einfach irgendeine aus. Ich glaube eher, die hier würde passen. Ja. Möbel können wir uns gleich machen. So. Dann würde ich sagen, machen wir mit den Wänden unten weiter. Das hier will ich irgendwie. Dann. Kann ich nicht. So. Dann. Dann fließen Anthrazit. Machen wir hier. So. Dann fließen Anthrazit. Dann fließen Anthrazit. Komm. Die Seite machen wir schon wird da mit. So. Ach. Okay. Ok, die Seite machen wir da mit. So, wird das reichen, oder? Das sehe ich jetzt schon. Das wird nicht reichen. So, what? Nein? Aufgaben. Da. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, oder? Nein, das sind nur noch 15. Dann müsste das reichen. Einer. So, die noch. Dann kann ich den Rest verkaufen. Und fertig. Ok. Ah, hier oben. Dann wird es nicht reichen, was ich hier habe. Wäre zu schön gewesen. Aber die verkaufe ich jetzt. Und noch einmal. So. Hier oben. Das hier noch. Das. Und das. So. Und verkaufen. So, Bodenbelag. Hier. Machen wir von hier bis hier. Und das hier. Dann jetzt. Machen wir erstmal den Raum hier. Keramikfliesenmosaik. Dann machen wir die hier. Und. So. Moment mal. Die können wir auch an der Decke machen, ne? Ja. So. Hier nicht an der Decke. Hier machen wir gleich. Aber dann können wir oben im Badezimmer das hier auch an der Decke machen. Wo wandert? Hier. Äh. Da muss ich so im Shop. Boden und Decke. Boden und Deckenfliesen. Wo haben wir hier diesen Marmor? Da. Dann machen wir das ebenfalls an der Decke hier. Sieht dann noch viel edler aus finde ich. Hier würde ich das so lassen mit der weißen Decke. Hier könnte man so eine schwarze Farbe nehmen. Wende. Farben. Grau. Haben wir das. Kleines. In dem kleinen Eimer. Wir brauchen ja nicht mehr. hier. So. Dann können wir den Rest wieder verkaufen. Passt besser hierzu finde ich. Passt besser hierzu finde ich. So. Dann gehen wir wieder runter. Und. Hier haben wir. Dann hier. Aufgaben. Modifiziere die Wände. Ah. So. Einer wird reichen. Dann machen wir das hier. Hier. Jetzt. Check ich es. Jetzt verstehe ich was ich machen muss. So. Dann hier. Das Stückchen. Aber. Ich habe vor das noch. Bisschen. Schöner auszugestalten. Deswegen. Hier. Das. Das. Hier mache ich auch noch so. Und. Das hier noch. Und. Das hier noch so. Komm. Machen wir. Ach. Ne. Jetzt muss ich. eine wand nochmal weiß streichen. Aber auch hier kaum. Wenigst machen wir das hier noch so. Und. Den hier. Können wir den Rest wieder. Verkaufen. Pinsel. Irgendwo oben war weiß. Da. Eine Wand streichen wir hier wieder weiß. Eine Wand streichen wir hier wieder weiß. Ja. Dann haben wir es jetzt. Und. Den. Fußboden. Machen wir von da. Bis hier hin. Und. Hier. Dann haben wir es. Jetzt. Größte. Joach. Nur noch Fußboden. Das können wir zu machen. So. Dann machen wir bis. Dann machen wir bis. Hier. Bis hier hin. Das hier. Oder warte. Bis hier hin. Ah. Schade. Ich hatte gehofft das wieder reichen. Aber. Joach. Dann haben wir es jetzt. Hm. So. Dann würde ich anfangen hier die Geräte zu montieren. So. Äh. Hier war ein Waschbecken. Boah. Beine machen wir Gold. Das auch Gold. Schwarzer Granit. Boah. Das sieht edel aus. Machen wir. So. Und dann. Montieren. Und hier. Aufdrehen. So. Was für eine Dusche wollen die denn hier. Da das Metall ist. Ne. Hier machen wir. Ne. Gold. Und das hier in schwarz. Ah. Das auch. Eine edle Dusche ey. Wollt ihr hier aber keine Tür haben? Ah. Doch. Boah. Dann machen wir hier schwarz. Hier haben wir Glas, hier schwarz, 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 machen wir Gold, Details auch schwarz, Rahmen auch schwarz. So, und oben muss auch noch was montiert werden. Hier nicht, da nicht, hier. So, was haben wir hier erstmal, die Badewanne. Die Badewanne, alles klar, fangen wir damit an. Badewanne, schwarz oder Gold, hier kommt, da machen wir Gold, jetzt stehe ich da voll im Weg, machen wir. Kommt, hier montieren. Junge. Nice. Ah, ich könnte jetzt den Auftrag einfach beenden, alles klar. Hier müssen wir eine Toilette kaufen. Aber dann würde ich hier Marmor nehmen. Würde richtig geil hier zu passen. So, den montieren wir jetzt da hin. Dann hier auch Waschbecken, komm. Und hier. So, Waschbecken, machen wir hier. Boah, schwarzer Granit. Dann Metall. Und dann hier Gold. Ja Mann. Den machen wir hier hin. Und dasselbe nochmal genau hier dran. So, dann montieren wir das noch. Alles von der Marke Brushy, alles klar. So. Und hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. Ja, so sieht doch nice aus, wenn die auch direkt hier dran sind aneinander. Und dann noch hier die Edeldusche. So. Hier haben wir so eine Dusche. Einbaudusche. Warum nehmen die nicht für hier genau dieselbe wie unten. Unten die ist viel, viel edler als die hier. Meiner Meinung nach. So. 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 Mäli. Milo.